100 Kilometer flussabwärts an der niederländischen Grenze schränkt das Hochwasser die Menschen deutlich mehr ein. Der Klever Ortsteil Schenkenschanz ist von zwei Rheinarmen umflossen. Über die einzige Zufahrtsstraße fährt seit gestern kein Auto mehr. Das technische Hilfswerk springt ein. Da die Anwohner von Schenkenschanz auch noch die Möglichkeit geboten werden muss, die Autos rüberzufahren, haben wir seit 70 Jahren den Fährbetrieb wieder aufgenommen. Für morgen wird hier am Niederrhein der Pegelhöchststand erwartet. Anfang der Woche, so hoffen die Bewohner, ist der Spuk dann vorbei. Schenkenschanz, keine Insel. Das ist nur ein Gefühl, ein Gefühl, ein Gefühl, ein Gefühl, ein Gefühl. Wir sind jetzt, wir sind hier noch zusammen mit. Das ist nur ein Gesicht. Im Moment, das ist ja, dass wir immer wiederakten müssen, Wollt es einfach zu shine, dass wir monartig werden können. Das ist nur ein Kampf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020